Vers 18, Genesis 21, he says, lift the boy up and take him by hand, for I will make him into a great nation. Then God opened her eyes and she saw a well of water. So she went and filled the skin with water and gave the boy to drink. In Vers 18 heißt, steh auf, nimm den Knabe und führe ihn an deine Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und trankte den Knaben. Ich hatte das nach langer Zeit gesehen. Und das hat mich so gesegnet, dass der Wunder, das in diesem Ort geschehen war. Und wir haben in vorherigen Versen gesehen, dass der Hagar irrte hin und her. Ja, sie hat irgendwo gelaufen. Und ich glaube, dass, also sie glaubt, dass das Wasserversorgung wird trocknen. So, when she was wandering, I believe she was looking around for a solution for a child. Deshalb wahrscheinlich, als sie dann hin und her gelaufen ist, sie hat diese Lösung vor den Knaben gesucht. Aber sie hat keine Lösung gefunden. Until when she reached her end. A bisschen. She reached the end. Also sie hat das Ende erreicht. And she gave up on hope. Und sie hat die Hoffnung aufgegeben. And she thought, this is the time now for me to die. Und denkt, das ist der Zeit, ja, vielleicht das ist der Todwerden. Und sie hat angefangen zu weinen. Parents here will tell us, when a parent starts to cry, the child might not know why the parent is crying. But eventually, the child will enter into the corners of crying. Also ja, wenn der zum Beispiel ein Elternteil weint, das Kind wusste nicht warum, vielleicht wird das Kind auch anfangen zu weinen. Und vielleicht, das war die Situation, als der Ishmael seiner Mutter gehört, dass sie weint, dass er auch angefangen zu weinen und Gott hörte, der weinte von Knaben. Und in dieser Situation, die Bibel sagt, Gott öffnete unsere Augen. Und in dieser Situation heißt das, dass Gott öffnete seine Augen. Und sie hat gesehen, diese Brunnen vom Wasser. Imagine, sie war wandern in the desert, in the wilderness, looking for a solution. Ich stelle dir das mal vor, sie hat da hin und her gelaufen und vor der Lösung gesucht. Und das war keine Lösung. Until the time came that God opened her eyes. Und sie hat die Lösung gefunden. Im Leben, als Mensch, wir suchen immer nach der Lösung. Wir suchen immer nach der Antwort. Wir suchen immer nach der Hilfe. Ich habe realisiert, was wir brauchen. Es ist für Gott, dass er unsere Augen auftun. Denn wenn Gott deine Augen auftun, you realize, this thing that you've been wandering and looking for a long time, it is just there. Dass wir wundern und wir suchen, solange wir haben das gesucht und erwartet, die Lösung ist da. The fun part of it is this. If it's not there. When it's not there. God is in a position to make it to appear. Und God is in a position, that God does, yeah, zeigen. How can you not see water? She don't see a well of water. Yeah, there is kein Wasser da. Und sie hat das gesucht. God made sure that it appeared. Und God ist sichergestellt, dass das da ist. Don't let somebody tell you, oh, that was only those days in the Old Testament. God can never do such things now. Und lass von niemandem sagen, dass da war von Alten Testament. God kann das immer noch tun. That is only in a limited mind. Das ist nur in der begrenzten Gedanken. In the limited mind of a human being. In the begrenzten Gedanken von Menschen. One thing I know, we cannot limit God. Eins, äh, eins weiß ist, dass wir God nicht begrenzen. We cannot limit God. Wir können God nicht begrenzen. There is nothing too hard. There is nothing too difficult for him. Es gibt, äh, nicht so hard und nicht so schwierig for God. If he wants it to appear now before you, he is going to do that. Er wird das dann, äh, zur Erscheinung bringen. So just trust him. Einfach vertrauen. Trust him. Vertraut him. I want us to read, äh, as I end, Ephesians 3,20. Ich möchte zum letzten, die Ephesians 3,20 lesen. I want us to read it, äh, from the Passion Translation of the Bible. I like it in the Passion Translation. Ja, ich liebe das in dieser, äh, äh, Passion Übersetzung lesen. We know it, uh, in this other version of the Bible, which says, Now unto him that is able to do exceedingly, apparently above all we can ask or think, according to the power that worketh in us. Es heißt, dem aber, der über uns, äh, hinaus zum, zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbieten oder erdenken, nach der Kraft, der uns wirkt. One of the reasons I like this verse is this. God is able to do more than you can imagine. Und einer, was ist in dieser Welt Liebe, ist, dass God kann, äh, mehr tun, als wir das vorstellen können. Exceedingly, abundantly. Oberswinglich, über, 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 I don't know about you. Ich weiß nicht über dich. For me, I am believing God for exceedingly, abundantly. For me, äh, ich glaube, Gott wird das, äh, überswinglich, über, über, aus machen. Above all I can think or ask. How many of us here can think? Wie viele von uns denkt sowas? Now, when it comes to God, are you using your thinking? Wenn um God geht, haben wir unsere Gedanken. Now listen to how he says in Ephesians 3,20 from the Passion Translation. Never doubt God's mighty power. Zweifel nicht an God mächtiger Kraft. to work in you. In dir zu wirken. And accomplish all this. Und alles, äh, erfüllt. Now listen to the next statement. Und, äh, hör zu in der nächste Satz. He will achieve. He will achieve. Er will, äh, erfüllen. Infinitely more than your greatest request. Mehr als du verlangen kann. your most unbelievable dream. Dein, äh, dein, äh, dein unglaublicher Traum. And exceed your wildest imagination. Und deine, äh, ober, oberswingliche, äh, Vorstellung. Er will outdo them all. Er will das alles tun. For his miraculous power. Denn seine, äh, seiner, äh, seiner Kraft, der, der Wunder. Constantly energizes you. Dass das so, äh, standhaft, äh, dies Kraft zu geben. Father.